Der ganze Klimbind ist weg. Die Kollegen haben sich vielleicht gefreut. Ja, ja. Was ist alles? Was Außerdienstliches sozusagen. Kaufvertrag? Du kennst doch den Schirmmacher. Den mit einer netten Frau, die mal bei uns in der Zentraler war, als wir noch im alten Stadthaus saßen. Was ist mit dem? Er hat Aktien gekauft. Kanadische. Soll vollkommen. Kanadische aus Panama. Das Aktien und sonstige Wertpapierwesen hat in neuerer Zeit sowohl im Wirtschaftsleben als auch im Bereich der Wirtschaftskriminalität zunehmend an Bedeutung gewonnen. Besondere Bedeutung hat vor allem der Kauf und Verkauf ausländischer Aktien gewonnen und zwar aus zwei Gründen. Einerseits besteht für das anlagewillige Publikum insoweit ein besonderer Anreiz zum Kauf, als hier besonders hohe Rendite versprochen werden. Auf der anderen Seite ist es so, dass besondere Gefahren deswegen bestehen, weil weder der Einzelne noch sein Anlageberater noch auch nur das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen die Bonität, die Güte solcher Aktien überprüfen kann. Der Rat, den man dem Einzelnen geben kann, sofern er ausländische Aktien erwerben will, kann daher nur darin bestehen, vorsichtig dort zu sein, wo besonders hohe Rendite versprochen wird. Einen typischen Fall aus diesem Bereich schildert die folgende Spielhandlung. Hier bin ich. Ja, ja, die hast du ja eben durchgedacht, du hast Ravioli, also sagst du, die machen dick. Ne, Wildschwein, aber Gouwaschen alle, aber du hast ja noch welches. Naja, ist ja egal. Guten Appetit. Dir auch. Danke. Monika hat vorhin angerufen. Na, die kannst du auch nicht lassen. Immer während der Dienstzeit. Wir sollen am Sonntag zu Ihnen kommen. Hast du Lust? Weiß noch nicht. Gib mir doch bitte mal das Salz. Danke. Sollen wir vielleicht wieder einen neuen Teppich bewundern? Oder eine Truhe? Lass sie doch. Wenn du irgendein Geschäft nun mal alles billiger kriegst. Ja, sollen wir dazu vielleicht noch ständig applaudieren, dass deine Schwester diese Angeberei überhaupt mitmacht? Sie sind nun mal so. Das gibt sich auch noch. Elf Anfragen. Noch nicht überwältigend? Er ist der Anfang, Max. Ich annonziere von jetzt ab Pausen los. Wie haben denn die Elf reagiert? Er ist der Anfang, Max. Ja. Du musst einiges genau beachten. Wie kommen die denn an die Börse? Lies gründlich, damit du den Unterschied kapierst. Den Unterschied? Du sollst vergleichen. Schellbrook Financial Ottawa Cooperation Limited. Schellbrook Financial Cooperation Limited Ottawa. Ottawa. Mal steht's hinten mal in der Mitte. Schlaues Kind. Auf unseren Aktien gehört Ottawa zum Firmennamen. Steht also in der Mitte. Das Kleingedruckte darunter kennzeichnet unseren Firmensitz. Residence Panama. Die anderen haben ihren Sitz in Ottawa. Kleiner Unterschied. Zur Irreführung. Nein. Damit du leichter verkaufen kannst. Unsere Firma sitzt in Panama. Heißt fast genauso wie eine Kanadische, deren Aktien überall gehandelt werden. Ist in Panama ordnungsgemäß eingetragen mit Stammkapital und allem Klimbim. Und hat in Kamaba sogar Grundbesitz. Guck nicht so. Wenn's so ist, warum nennen wir das Ganze welchen Handler? Weil das alles zur Tarnung dient. Die hier sind gerade das Papierwert, auf dem sie gedruckt sind. Tja, gute Aktien kann jeder verkaufen. Bei Faulen muss man sich schon was einfallen lassen. Kapiert? So halb und halb. Der Grundbesitz in Kanada ist ein Windei. Im Unterschied zu dem, den die anderen haben. Wenn was auffliegt, haben meine Freunde drüben immerhin was vorzuweisen. Man muss an die Absicherung denken. Also ich muss schon sagen. Das ist was anderes als deine kleinen Wechselgeschäfte und falschen Schecks. Wie wär's noch mit Eis, Brigittchen? Ja, ich glaub ich hab noch Eis. Komm, draußen im Kühlschrank. Und das Langsam, Brigitte, hörst du? Wir haben's vorher ein bisschen an. Du hast gut lachen. Ihr habt euch ja bisher gedrückt. Dabei bleibt's auch, lieber Schwager. Das ist aber auch nicht schade, Jürgen. Früher hat Monika von Kindern geschwärmt. Und heute schwärmt sie eben von ein bisschen komfort. Zu 30 Prozent Nachlass. Könntet ihr auch mit einem Schwager aus der Möbelfranche? Wollen wir ja gar nicht, Jürgen. Was wir brauchen, haben wir, nicht? Seid ihr wieder bei eurem Lieblingsthema? Dein Mann will uns ständig zu großen Geldausgaben verleiten. Ja, wir können das nicht leisten. Wir sind froh über jede Mark auf dem Sparkonto. Wie in ihr früher auch mal. Du musst nicht sparen. Du musst das Geld anlegen. Ich hab mir mal ein paar Angebote angekreuzt. Alle so interessante Sachen. Neulich hast du von Festgeld geredet. Man muss was riskieren. Vorige Woche hatte ich ein längeres Gespräch mit meinem Chef. Weißt du, wie der angefangen hat? Die Geschichte ist abgedroschen. Buchmanns zwei Fensterladen in der Altstadt. Und was ist er heute? Das erste Haus am Platz, weil er immer wieder was riskiert. Voriges Jahr wollte ich ihm von englischen Möbeln abraten. Was tut er? Bestellt doppelt so viele, wie ich gewagt hätte. Und recht hatte er. Heute sind wir in Importmöbeln führend. Dann lass doch mal hören, wie du in den nächsten Wochen dein Vermögen verdoppeln willst. Mit Aktien zum Beispiel. Mit Aktien? Na, da sind wir ja genau beim richtigen Thema. Lass ihn doch mal reden, Rudi. Auslandsangebote. 20% Dividende. Wenden Sie sich an Ihren Anlageberater und so weiter und so weiter. 20% Dividende. Wie wäre das? Zu schönem wahr zu sein. Noch dazu aus dem Ausland. Bitte. Also diese Sorgen, mein lieber Herr Schumacher, drücken mich nicht mehr. In zwei Jahren gehe ich aufs Altenteil. Aber wenn ich noch mal jung wäre, kann ich bei den Zucker kriegen, bitte? Danke für das. Spekulieren? Als kleiner Mann? Na, ich weiß nicht. Warum so ängstlich? Ein bisschen muss man im Leben riskieren. Ich bin mit meiner Frau lieber auf sicher gegangen. Bausparvertrag, Prämien sparen. Jetzt haben wir noch eine Kleinigkeit als Festgeld angelegt. Allerdings, die Zinsen sind auch nicht so. Da habe ich ja noch Glück gehabt. Tag, Herr Tetzlaff, Sie auch mal hier. Na ja, nachdem was jetzt genießbar ist. Tag, Frau Schumacher, wie geht's denn? Oh, danke, gut. War vormittags beim Zahnarzt. Hab schon unterwegs was gegessen. Na nur, Herr Tetzlaff, warum setzen Sie sich nicht? Wiedersehen. Beine vertreten. Bis später, ne? Tschüss. Wiedersehen, Herr Tetzlaff. War noch auf einen Sprung bei Moni im Geschäft. Die haben vielleicht Arbeitsräume. Tutsche gemöbelt. Hat ihn vielleicht auch der tüchtige Jürgen angedreht. Du, die haben tatsächlich gekauft. Was gekauft? Na, die Aktien. Die ausländischen, von denen er am Sonntag erzählt hat. Na ja. Monika sagt auch, das wäre eine ganz sichere Sache. Sie haben sich genau beraten lassen. Äh, von diesem Brust heißt er, glaube ich. Na und? Ich dachte, es würde dich interessieren. Ganz schön. Für einen Anfang. Du schwarzvogel. Wenn es so bleibt, bin ich in sechs Monaten weg vom Fenster. Arbeit gibt's immer. Ich hab dich drüben schon mächtig rausgestrichen. So. Na, da hast du hoffentlich auch eine Zahlung gehärt. Jetzt bist du aber der Spaßvogel Sanne. Du hast doch einen dicken Vorschuss kassiert. Das Verfahren ist nun mal langwierig. Erst wenn das Geld der Kunden eingeht, hast du überhaupt Anspruch auf deinen Anteil. Kapiert? Anlageberatung Edgar Birost. Guten Tag. Selbst am Apparat. Stimmt. Mit diesem Herrn hab ich vor ein paar Tagen... Jawohl, doch mit seiner reizenden Gatte. Ja, natürlich. Dazu sind wir ja da, Herr... Wie war gleich der Werte? Ja, ich notiere. Weinbergsweg 8. Nach 19 Uhr. Doch, doch, lässt sich einrichten. Ja, natürlich. Gut, Herr Schermacher. Bis morgen Abend. Besten Dank für den Anruf. Wiedersehen, Herr Schermacher. Vorsicht mit Alkohol. Ich will einen klaren Kopf behalten. Soll ich dir ein Saftgetränk machen? Es ist überhaupt ganz unverbindlich. Das hab ich doch ausdrücklich gesagt. Erst mal hören, wie der Hase läuft. Wir und Aktien. Das passt doch gar nicht. Warum nicht? Ich hab gelesen, in Japan kann man Aktien sogar im Kornkaufs kaufen. So im Vorbeiging. Die hat ein paar Strümpchen. Woher hast du denn das? Von deiner Schwester Monika? Und die hat's von ihrem schlauen Jürgen, ja? In solchen Sachen ist dir unser Schwager überlegen. Das musst du doch zugeben. Ja, ja, das große Spekulationsgenie. Als wir früher noch zusammen Zelten puren, da war er mir lieber... Da ist er. Noch mal von vorn. Die 20% Dividende sind doch aber keine Garantie, Herr Rust. Garantie beim Aktiengeschäft, lieber Herr Schirrmacher. Und die könnte Ihnen nicht mal die Bundesbank geben. Tja, aber woher soll ich dann wissen, dass ich die 20% bei der nächsten Ausschüttung auch wirklich kriege? Sehen Sie mal hier, Herr Schirrmacher. Seit fünf Jahren ist die Dividende der Shellbrook Financial ständig gestiegen. Von 12 auf 14, dann auf 17, im vorigen Jahr auf 18% Ausschüttung. Sehen Sie mal hier. Ausschnitte aus deutschen, österreichischen, Schweizer Börsennachrichten. Lesen Sie nur in Ruhe. Ich gieße noch mal eine. Erlauben Sie. Hat es Ihnen bei meiner Schwester gefallen? Tja, wenn ich ehrlich sein soll... Hier steht etwas von bewaldetem Terrain, Herr Rust. Wälder, Herr Schirrmacher, von ungeheurem Ausmaß. Davon machen Sie sich gar keine Vorstellung. Ja, wie groß ist denn überhaupt? Wald ist Holz, Herr Schirrmacher. Der Wert von Naturholz steigt von Tag zu Tag. Diesen Sie die Wirtschaftsmitteilung. Sagt Jürgen auch immer. Riesige, flüssige, gnädige Frau, die man hier nicht mal im Namen nachkennt. Ja, das bedeutet billiger Transport der Abgeordnetenstimme. Das bedeutet eines Tages Elektrizität. Das Energieproblem, Herr Schirrmacher. Verfolgen Sie allein den Kursanstieg der europäischen Energieträger. Sie müssen die Wirtschaftsnachrichten lesen, Herr Schirrmacher. Die börsenberechtigte Kurs. Ja, und dann wissen Sie, dass Kanada noch ein unerschlossenes Land ist. Dass da die Entwicklung erst anfängt. Mit sauberer Luft, mit unverschmutzten Seen und Flüssen. Sie fragten nach dem bewaldeten Terrain dort im Armsee, was Wald bedeutet. Ich will es Ihnen leicht machen, Herr Schirrmacher. Sehen Sie, im Allgemeinen befassen wir uns gar nicht mit dem Kleinverkauf unserer Aktien. Meinen Schwager haben Sie aber auch. Ich will Ihnen was empfehlen, was ich noch keinem empfohlen habe. Und Leuten, die Ihrem Schwager am allerwenigsten. Verdienen Sie sich eine Provision. Dann rentiert sich der Kaufkanzlern selber. Was soll ich? Ja, Sie haben Kollegen, Freunde, vielleicht auch Vereinsgemeraten. Wenn Sie denen Aktien verkaufen, ja selbst kleine Mengen, denn sowas läppert sich zusammen, biete ich Ihnen eine Subprovision, sagen wir, zehn Prozent. Zehn Prozent? Sie meinen, er soll... Hast du das gehört? Hallo, Herr Dingelein. Hallo, Frau Schirrmacher. Also ein Zufall? Na nun, beährt uns jetzt sogar die Kriminalpolizei. Ach, das ist ja auch der Göttergatte. Schade. Tag, Herr Dingelein. Mahlzeit zusammen. Mahlzeit. Babykost. Na ja, wenn man auch ein halber Säugling ist, fühlt er sich dann wenigstens anständig auf? Ich habe ihn mir erzogen. Nur essen Sie mal. Sie sehen ja schon ganz verhungert aus. Der Büro schlaft sehr bei manchen. Was machen Sie eigentlich mit Ihrem vielen Geld, Herr Dingelein? Sitzen Sie neuerdings bei der Steuer gelandet? Ernsthaft? Sie haben doch damals zur selben Zeit wie wir den Brustfahrtvertrag abgeschlossen. Erinnern Sie sich noch? Ja, stimmt. Wir waren damals zusammen. Das sind jetzt sieben Jahre hier, ne? Da ist der Vertrag doch zuzahlungsreif. Ich baue nicht. Warum fragen Sie? Wollen Sie mir den Vertrag abkaufen? Wir bauen auch nicht. Wenn Sie sich auszahlen lassen, gibt das eine hübsche Summe. Schauen Sie mal, Herr Schirmer, ist Ihre Frau nicht doch bei der Steuerfahndung gelandet? Unheimlich war sie mir eigentlich schon immer. Hören Sie mal zu, Herr Dingelein. Sie müssen sich doch Gedanken machen, was Sie mit dem vielen Geld anstellen. Die ganze Klimpin ist weg. Die Kollegen haben sich vielleicht gefreut. Na ja. Was noch ist? Was Außerdienstliches sozusagen. Kaufvertrag. Du kennst doch den Schirmmacher. Den mit der netten Frau, die mal bei uns in der Zentrale war, als wir doch im alten Stadthaus saßen. Was ist mit dem? Er hat Aktien gekauft. Kanadische. Soll vorkommen. Kanadischer aus Panama. Und das Verrückteste, mich wollte er auch dazu überreden. Das heißt eigentlich mehr seine Frau. Ausgerechnet dich. Komischer Zufall. Möglicherweise auch ein guter. Sag mal, Moni. Den hübschen Bucherer habt ihr wohl in Jürgens Zimmer. Wenn die erste Dividendenzahlung eingeht, kaufen wir uns einen größeren. Mit anderen Worten, den alten habt ihr verkauft? Sehr gut verkauft. Und dafür Aktien zu kaufen? Und zwar für 5.000 mehr, als wir ursprünglich vorhatten. Wenn schon, denn schon. Wir haben auch. Was? Ihr auch. Bestimmt nicht so viel wie ihr, aber uns reicht's nicht. Wäre vielleicht ganz gut gewesen, wir hätten uns vorher miteinander abgestimmt. Abgestimmt? Ist aber auch sicher für die Zukunft noch interessant. Falls ihr weitere Aktien kaufen wollt. Von Rust meine ich. Wieso? Ganz so schlau für wie der sich hält. Ist er nämlich gar nicht. Wie kannst du das sagen? Er hätte sich doch denken müssen, dass ich auch meinem Herrn Schwager den Vorschlag mache. Welchen Vorschlag, verdammt nochmal? Kannst du nicht mal sprechen wie ein normaler Mensch? Den Vorschlag, solche Aktien in Zukunft bei mir zu kaufen. Bei dir? Wir kriegen nämlich Provisionen. Und die könnten wir doch teilen. Die hat er uns auch angeboten. Ich habe gleich die ersten Ermittlungen angestellt, der Kriminalrat. Viel ist noch nicht dabei rausgekommen. Das heißt, da ist immerhin das Büro von diesem Rust. Da würde ich gerne mal reinschauen. Schellenfetterfisch zu sagen. Mittelfett würde ich sagen. Die Fetten sitzen woanders. Na, immerhin. Urkundenfälschung, Scheckbetrug, Wechselreiterei. Ja, jetzt also Aktien. Tunzik ermittelt bereits bei der Börse und an den Banken. Bisher kennt man dort nur eine seriöse Firma mit dem Namen Shellbrook Financial Corporation Limited mit Sitz in Ottawa. Die andere mit dem fast gleichen Namen ist hier jedenfalls nicht zugelassen. Ja, und weiter? Interpol ist eingeschaltet in Kanada und Mittelamerika. Wahrscheinlich gehen die Fäden noch weiter. Also, und Sie wollen sich jetzt hier diesen Rust mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen? Als Interessent, Herr Kriminalrat, ganz diskret natürlich. Ähm, da hätte ich noch eine Frage. Ja? Darf ich einen der Geschädigten vorwarnen? Herrn Schirmer. Durch ihn sind wir aufmerksam gemacht worden. Na ja. Er hat natürlich sein ganzes Geld verloren. Ja, ich fürchte, dass wir da zu unbedachten Handlungen führen. Ja, das stimmt. Na, ich muss es natürlich Ihnen überlassen, Herr Dinger. Sie sind ja schließlich kein Anfänger. Mir haben Sie gesagt, es wäre eine Ausnahme. Mir und meiner Frau. Und was muss ich jetzt von meinem Schwager hören? Ihm haben Sie auch Provisionen angeboten. Ein Irrtum, Herr Schirrmacher. Nichts weiter. Ja, schöner Irrtum. Für uns war es eine Blamage. Aber wieso? Unter Verwandten verträgt man sich doch, oder nicht? Moment bitte, Herr Kundschaft. Mein Name ist Müller. Ich hatte angerufen. Ah ja, richtig. Ich habe nur gerade noch einen Kunden abzufertigen, Herr Müller. Kleine Sekunde. Wenn Sie bitte Platz nehmen wollen. Danke. Wie gesagt, ein kleiner Irrtum, Herr Schirrmacher. Kein Grund zur Aufregung. Na hören Sie mal. Ist das Ihre ganze Erklärung? Psst, nicht so laut. Draußen ist Kundschaft. Wenn ich das gewusst hätte. Ich bitte Sie, Herr Schirrmacher. Wenn Sie keine Lust mehr haben, sich etwas nebenbei zu verdienen, bitte schön. Das liegt ganz bei Ihnen. Mir sind ganz andere Bedenken gekommen, wenn ich ehrlich sein darf. Leider ist das Geld schon überwiesen. Sonst würde ich vom Kaufvertrag zurücktreten. Bitte, Herr Schirrmacher. Ein andermal stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Aber jetzt muss ich, wenn ich bitten darf. Also, dann auf Wiedersehen, Herr Schirrmacher. Bitte, Herr Müller. Na nun. Entschuldigen Sie bitte, mein Herr. Sagen Sie mal, Herr Dinglein. Was machen Sie eigentlich hier? Kommissar Zufall, wenn es den nicht gäbe. Kommen Sie mal mit, ich werde Ihnen gleich alles erklären. Komm doch schlafen, Rudi. Komm rumlaufen wird doch auch nichts besser. Schlafen kann ich ja sowieso nicht. Vielleicht wird das Geld noch abgefangen. Oder man findet welches bei diesen Gästen. Fang doch nicht noch an zu spinnen. Sie hat ja doch gesagt, welche Hoffnung uns Dinglein gemacht hat. Aus und vorbei. Das Geld ist futsch. Das kann ich gar nicht. Hör auf mit diesem. Das kann ich gar nicht. Ich will das nicht mehr hören. Nicht so laut. Das Kind wird sonst wach. Sollten wir nicht Moni und Jürgen... Und da stehe ich. Dinglein hat mir mein Ehrenwort abverlangt. Die wollen die Hintermänner fassen. Verstehst du? Das ist vielleicht noch die einzigste Hoffnung. Na, das sag ich doch. Die werden bestimmt versuchen... Komm, komm, komm. Wart's ab. Ich für meine Person... Ich glaube gar nichts. Offengesprochen. Das Geld ist weg. Weg, weg. Futsch. Passé. Fast runde 15.000 lang zusammengesparte, mühsam zusammengehaltene deutsche Mark. Als ob ich's gewusst hätte. Wenn du's wirklich gewusst hast, warum hast du denn dann überhaupt... Dein sauberer Herr Schwager dir ein Floh ins Ohr gesetzt hat. Darum. Wieso mir? Außerdem ist da auch dein Schwager. Besser sollte ich sagen, deine Schwester hatte den Floh ins Ohr gesetzt. Na, hör mal. Die haben gekauft. Stell dir nur mal vor, Moni und Jürgen haben die ausländischen Aktien gekauft. So eine sichere Sache. 20% Dividende. Hab ich das alles in die Welt gesetzt? Oder wer? Telex aus Toronto. Dort ist ebenfalls nur die seriöse Shellbrook Financial bekannt. Bitte. Mit was tut sie hier in Panama? Die Gewerbeerlaubnis der anderen Shellbrook Financial ist soweit in Ordnung. Betreibt angeblich Finanzierungsgeschäfte aller Art und kann auch Grundkapital vorweisen. Werd weiter. Hat man irgendwelche Leute vernommen? Wer sind die Bosse? Bosse gibt's nicht. Auch keine Angestellten. Nicht mal ein Büro. Was? Ein Messingschild an der Haustür eines City-Geschäftshauses. Und ein Briefkasten. Ja, das wäre immerhin schon etwas. Unsere Kollegen in Panama haben auch schon rausgekriegt, wer den Briefkasten regelmäßig leert und die eingehende Post umdirigiert. Ja? Ein altes Ehepaar. Wahrscheinlich ganz harmlose Leute, die von nichts eine Ahnung haben und sich ein kleines Taschengeld verdienen. Aha. Ja, wenn das zu ist, können die Hintermänner natürlich gewarnt werden. Eigentlich kommt jetzt ganz auf die Vernehmungstaktik unserer überseerischen Freunde an. Höchste Zeit zuzupacken. Das meinen Sie doch, Herr Kriminal. Genau. Tunzig und zwei Herren vom Kommissariat 5 beschatten die nun unterbrochen. Da ist nämlich noch einer aufgetaucht. Ja? Der Kontaktmann für Deutschland. Und der wiegt noch ein gutes Fund Spera als Rost. Mensch, Dingelein. Dann mal weiter. Abgang, Provision, Samstag. Abrechnung bis 15. September. US-Dollar 35.200. Mann, du hast vielleicht geschäffelt. Kann man wohl sagen. Bloß, ausgerechnet hatte ich noch mehr und zwar... Hat alles seine Ordnung? Die Firma zahlt auf heller und Pfennig. Ganz am Schluss gibt es dann noch eine sogenannte... Moment. Sie, Herr Müller? Ja, Herr Roste, ich habe noch jemanden mitgebracht, der sich auch für Ihre Aktien interessiert. Ah ja. Kommen Sie doch bitte rein. Guten Tag. Tag. Entschuldigung. Kriminalpolizei. Was wollen Sie? Kriminalpolizei, wenn Sie freundlicherweise mal hier drauf schauen würden. Ja, was soll das? Sie sind verhaftet. Na, ich muss doch Sie erbitten. Das können Sie auf dem Präsidium. Mit höflichen Leuten geht alles viel einfacher. Von wegen, Müller. Es wird noch ein Nachspiel geben, Herr Roste. Soll mir recht sein. So, gehen wir. Draußen warten noch zwei Herren, die sich der Räumlichkeiten hier annehmen werden. Ich vermute, dass Sie keine umfangreiche Buchführung unterhalten, Herr Roste. Buchführung? Und was fehlt Ihnen noch? Sehen Sie, dann wird es noch einfacher. Nun red doch schon, Rudi. Bitte, Rudi. Lass mich doch wenigstens erstmal verschnaufen. Ist das Geld angekommen? Mehr wollen wir ja gar nicht wissen. Und damit meinst du, ist alles in Butter. Na, hör mal. Also, das Geld ist da. Gott sei Dank. Ein Glück, Rudi. 35.000 US-Dollar. Brustprovision. Aber ob die Staatsanwaltschaft die jemals freigegeben wird? Du bist gut. Die muss sie. Red kein Quatsch. Nichts muss sie. Die Geschichte ist viel zu verworren. Und außerdem muss sie erst drüben in Panama erstmal alles über die Bühne sein. Und ob das überhaupt jemals... Ich habe Hoffnung. Ich auch. Wir haben schließlich ein Anrecht. Natürlich. Auch du hast ein Anrecht. Etwa nicht? Fast 30 Leute hat Rudi aufs Kreuz gelegt. Meint ihr, die hätten nicht alle ein Anrecht? Aber ob das überhaupt jemals berücksichtigt wird? 35.000 durch 30. Du musst die Summe der Einlage zugrunde legen, du großer Kaufmann. Und da sind wir wahrscheinlich nur kleine Fische. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017